Norddeutscher Rundfunk 2021 Während ich heute als Werke von der Tour 2010 habe ich eine große Impression, was er zurückkommt. Werke zu Morsin, werke am Turmallee. Was sind die Sachen vorausgeschnitten in diesem Jahr? Für mich war natürlich die 2 Viggo in Morsin-Avorriasse, wo mich eigentlich Viggo an einem großen Tour war. Das war natürlich eine ganz schöne Erinnerung. Und noch auf einem Turmallee, ich denke, das war die Echke, auf dem Turmallee, wo ich die Etappe gewonnen habe. Aber das war am Anfang ein bisschen der besten Tour, den ich noch ein bisschen hatte. Ich denke, ich war sechs Etappen, am Gehlen Trikot. Nun ist ich ein Porte bei Folleux. Ich bin der WCV. Aber am Anfang war schon eine sehr Erinnerung. Das war eine Erinnerung, und bleibt aus Morsin-Avorriasse, an Tomalingatelisch. Ich bin der WCV. 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 Ganz offiziell. Dann noch nach dem Herr Minister, vielleicht eine kleine Stimme, eher Impressionen, eher Reaktionen. Ich bin der WCV. Ich wollte das ganz schön sagen. Ich habe die Chance letztes Jahr auf der Alpe d'Oes. Ich habe es gesehen. Ich wusste, das war wirklich eine fantastische Leistung an den zwei Etappen, seit Kalibier, Nord-Alpe d'Oes. Die müssen wir uns noch aufpassen. Ich hoffe, ich habe die Chance, die wir sehen, dann kann ich noch aufpassen. Das wäre leider nicht der Fall. Den haben wir in 2010 mal zurückgekommen. Ich meine, den feierten Lützebüger, den in der Tour de France gewonnen hat, an den Annalen, in Ashtet. Ich meine, das ist eine schöne Geschichte für den Lützebüger-Sport, aber auch für den Lützebüger-Sport. Petit pays, Grand Champion. Votre pays, Luxembourg. François Faber, Nicola Franz, Charlie Gohl, Andy Schleck, Andy, Frank, Kim Kirchen, notamment. Peut-être demain Bob Jungels, weil er gewonnen hat Paris-Roubaix Espoir. Das bedeutet, dass es wirklich eine Geschichte ist, dass es etwas ist. Das ist eine Frau, der Einmal ein Einer der Frau, Frau, der Frau, Frau, der Frau, der Frau, der Frau, Ich denke, das ist ein Interessante Vergleich, wenn ich zwei Jahre lang hatte, Wir haben noch auf dem Podium gelegt, die Leute noch nicht zu bereiten. Ich meine, das ist kein Vergleich, wie schnell die Haube gelegt hat. Ich meine, das hat mich eigentlich gekompensiert für mich. Wir haben uns schon gesagt, dass man den Türken gewonnen hat. Wir sind auch froh darüber. Und die Haube hat endgültig offiziell den Trikot überreicht. Das ist schon ein schönes Moment für Lützebücher und für unsere Familie. Ich bin stolz darauf. Für mich hat er den Türlo gewonnen, nur ich gewonnen. Ich hatte zwar viel lieber gehört, ich hätte noch die Chance gesehen, aber ich hatte die große Chance, dass ich die Tür mit drei Bögen auf dem Podium gesehen habe. Das war auch schon ein Highlight. Mit der 3.5 bin ich so gut, dass ich an diesem Niveau bleibe. Ich fand es ganz gut, es war relativ diskret und ich nenne die Worte schon nicht mehr.